War ich wieder zu eifrig an der Sache dran? Wow! Okay, ich dachte, der Hintergrundschmeißen. Wow! Ey, dass ich da nicht sterbe, ne? Das bleibt mit meinen Rätseln, ne? Oh, ich hab wieder die falsche fucking Dreckstanz... Da war ich zu schnell! Ey, ich bin immer so kurz vor dem Drecksende, ne? Doppelsprung! Hallo! Guten Tag! Sind sie auch schon wach? Anscheinend nicht. Äh, äh... Wääh! Wow! Hm? Da hab ich den direkt wieder verloren? Äh, äh... Nausen! Ohohoho! Gut, dass das noch nicht getriggert wurde, ey. Ach... Ich würde mal gerne wissen, was es heute zu essen gibt. Ich hab nämlich Hunger. Manchmal explodieren sie, manchmal explodieren sie nicht. Machen auch das, was sie grad wollen, ne? Das war Glück. Das ist blöd. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Pasta! Oh, war das knapp! Fertig! Ich bin auch fertig! So! Ich speichere jetzt direkt ab! So! Fresse! Speichern! 80%! Wuhuu! So! So! Dann machen wir jetzt noch Gone Tomorrow und dann haben wir hier diesen... ...Morpom, glaub ich, fertig! Zwei Minuten drei! Hm... Ich glaub, das wird ätzend wird das, glaub ich. Das haben wir auch noch nicht gesehen, glaub ich. ...Morpom... ...Morpom... ...Morpom! Ah! Sowas mag ich nicht! Wenn man durch diese Viecher in die Luft geschleudert wird. Äh! ...Morpom... ...Gkhais... ...Es war ein bisschen action! ule! Ja, ist okay, ist okay. Da kann man auch drumrum springen. Ich hab mich gedreht. Spaß. Ich weiß, jetzt schmeiß ich hier schon wieder mit Schimpfwörtern um mich. Aber es muss gerade mal... Es muss gerade mal sein. Weil ich das eben schon abgefuckt habe, dass ich da so oft gestorben bin. Und jetzt schon wieder. Das war knapp. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas bringt. Da die Kisten aufzumachen. Aber ich geh mal nicht davon aus. So. Das ist halt blöd, dass es hier einfach keine Checkpoints währenddessen gibt. Ich glaube, das ist das Beste, wenn ich einfach drüber springe. Oh nein, jetzt muss ich mir ja schon... Ich hab gerade von Checkpoints geredet, ne? Oh, Leute. Immer dieser dumme Spacko in seinem scheiß Ufo, ne? I hate you. Woa. Woa. ich weiß gar nicht wie wir eben waren von der zeit auf jeden fall ich glaube auch ungefähr so jetzt habe ich keinen 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 akku mehr das ist blöd das war blöd ich habe wieder den akku verloren wo 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 woran roh und er hat das NASS Schaf, Mann, wir haben noch einen Akku. Noch. Das kann sich innerhalb von... ...zwei Sekunden hier auch ändern. Und habe ich noch einen? Nein. Och, Mann. Ich glaube, ich hätte doch hier das hier als erstes machen sollen, weil es ist schon doof. Hallo. Tschööö. Oh mein Gott. Oh, das war gut. Okay. Wow. Das war eine gute Runde. So, einen Akku habe ich noch. Ja. Zweiten kriege ich gleich. Komm, du hast. Okay, das hat auch nichts gebracht. Oh, das passt mir jetzt gar nicht, dass ihr Typ klingelt. Nein! Nein! Uff. Die kriegen das hin. Ach, super. Das war nicht so gut. Meine Fresse, ich glaube, ich müsste mal einen anderen Controller anschließen. Jetzt mal der gleiche Fick hier, ey. So, Busch, wir merken eine wenige vier, weil mein Onkel ja nicht lesen kann anscheinend. So. Ne, ich bin ja noch durchgeschrubbelt. Geschrubbelt, oh no, hohes Wort. Die hab ich alle, glaub ich, 1,18. Also, auf jeden Fall besser als irgendwann, irgendwann hatte ich mal 1,25, als ich da drauf stand. Hallo, willst du mal deine Kat-Drecks-Hund-Fickerei da raus holen oder was? Oh, natürlich. Oh, ich bin ja gespannt, was das hier gibt, ey. Mach Platz, du. Eieieiei. 1,10. Ich glaub, das ist jetzt der letzte Part, der hier kommt. 2 Minuten 3, ne? 2 Minuten 3, ne? Mach hin. Oh, da ist ein Akku. Toll. 2 Minuten 3, ne? Gib Gas! Nein! Das ist bestimmt auch wieder so ein Fitzelchen. Ah. Ach komm, ey. Ach komm, ey. Okay, gut. 1,23. Das ist natürlich eine Hausmarke. Aber ich werde jetzt hier abspeichern. Hm. Dann werden wir mal überlegen, was ich da machen kann. Auf jeden Fall gäbe eh 5 Minuten Essen. Deswegen mach ich jetzt nicht weiter. Äh. Ja. Auf jeden Fall müssen wir dann beim nächsten Mal an das Level ran. Da hab ich ja schon so Bock drauf. Aber vielleicht geht's schon wieder besser. So. Ja gut. Dann hoffe ich mal, dass euch heute diese kleine kurze Aufnahme gefallen hat. Und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen werden. Tschüss!